Um die 21 bereits bei uns in der Bahn, La Toja, eine Stute aus der Zucht von Sigvard Maier, abstandet vom Lanzigler-Carolussohn Le Maux, aus der Vervicchia von Weltmaier-Lungau-Aparion gezogen. Auch diese Stute steht zum Verkauf. Das ist das letzte Film, der abteilt hat. Ich habe mir noch mal so mit dem Kuhlensstuhl hingstellt, mit dem Kuhlensstuhl. Das Bewege hat ihn ja nicht. Ich habe mir noch mal in der Bahn schauen. Überraschend, obwohl er selber jetzt... Oder jetzt selber jetzt... Ich habe mir noch mal in der Bahn geplant. Ich habe noch mal in der Bahn geplant. Und jetzt gibt es eine Stute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.